Musik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. In diesem Jahr findet wieder unser jährliches, unser traditionelles Osteroparettenkonzert statt. Und zwar am 17. April, am Ostersonntag um 16.30 Uhr in der Trinkhalle. Durchgeführt wird es vom Tourismusverband Bad Ischl gemeinsam mit dem Lea-Festival. Aber in diesen schweren, in diesen besonderen Zeiten wollen auch wir ein Zeichen setzen. Deswegen findet das Osteroparettenkonzert als Benefizkonzert statt. Die Einnahmen werden den Opfern und der Ocarina gespendet. Ich freue mich, Sie bei dem Konzert begrüßen zu dürfen. Ich hoffe auf zahlreichen Besuch. Wir sehen uns zu Ostern, am Ostersonntag, bei einem, glaube ich, sehr, sehr schönen Konzert. Ihr Thomas Enzinger Musik 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 Musik